Bald ist es wieder soweit und Schillers Weihnacht auf dem Marktplatz in Ruderstadt öffnet seine Tore. Vom 29. November bis zum 31. Dezember kann man sich mit der ganzen Familie hier verwöhnen lassen. Es gibt viele Stände mit Essen, leckerem Glühwein und unterschiedlichen Angeboten zur Weihnachtszeit. Auch die Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Ich freue mich, Ihnen ankündigen zu dürfen, dass am 29. November Schillers Weihnacht zum neunten Mal seine Pforten öffnet. Schillers Weihnacht ist im Jahr 2014 entstanden und hat sich in den neun Jahren zu einem traditionellen, urigen, familiengerechten und vor allem kindergerechten Adventsmarkt entwickelt. Unser Weihnachtsmarkt startet am 29. November und schließt am 31. Dezember mit ein. Unsere Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr. Neben unseren kulinarischen Ständen und unseren einladenden Feuerstellen, an denen man mit einem Glühwein verweilen kann, kommen auch unsere Kinder auf ihre Kosten. Ein tolles Kinderkarussell, eine tolle Kindereisenbahn und unter anderem traditionell Weihnachtsmann Nikolaus und viele andere Highlights. Also einfach schon mal vormerken und einen tollen Nachmittag oder Abend hier in Ruderstadt mit Freunden oder Familie verbringen. Den Ausklang wird es dann am 31. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt geben. Die Ausklang wird es dann am 30. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt bekommen.